Spannende Musik Spannende Musik Guten Morgen, hier spricht Julia Maixner. Ich möchte gerne wissen, ob ich heute bei Dr. Zahnweh einen Termin für Frau Hessen ausmachen könnte. Sie hat Bauchschmerzen. Guten Morgen, hier spricht Julia Meixner. Ich möchte gerne wissen, ob ich heute bei Dr. Zahnweh einen Termin für Frau Hessen ausmachen könnte. Sie hat Bauchschmerzen. Moment bitte, lassen Sie mich nachschauen. Also, am Vormittag haben wir leider nichts mehr frei. Ginge es auch am Nachmittag? Moment bitte, lassen Sie mich nachschauen. Also, am Vormittag haben wir leider nichts mehr frei. Ginge es auch am Nachmittag? Ja, das ist kein Problem. Ja, das ist kein Problem. Da haben Sie Glück, wir haben noch einen freien Termin um 14.30 Uhr. Würde Ihnen das passen? Da haben Sie Glück, wir haben noch einen freien Termin um 14.30 Uhr. Würde Ihnen das passen? Ja, danke, das passt. Auf Wiederhören. Ja, danke, das passt. Auf Wiederhören. Okay, auf Wiederhören. Okay, auf Wiederhören. Guten Tag, wir haben einen Termin bei Dr. Zahnweh um 14.30 Uhr. Ich habe heute angerufen. Auf welchen Namen, bitte? Auf welchen Namen, bitte? Frau Maria Hessen Frau Maria Hessen Frau Maria Hessen Ich schau schnell nach Ah, ja, und ist die Anschrift denn noch aktuell? Ah, ja, und ist die Anschrift denn noch aktuell? Ja, ja, die Adresse stimmt noch. Gut, haben Sie die Gesundheitskarte von Frau Hessen dabei? Gut, haben Sie die Gesundheitskarte von Frau Hessen dabei? Hier, bitte. Hier, bitte. Hier, bitte. Dankeschön. So, es dauert noch einen Moment. Bitte, nehmen Sie Platz im Wartezimmer, ich rufe Sie. Danke. Danke. So, es dauert noch einen Moment. Bitte, nehmen Sie Platz im Wartezimmer, ich rufe Sie. Danke. Danke. So, es dauert noch mich die Keine vor Gute Morgen Gute Morgen Guten Morgen Guten Morgen Ich bin der Doktor Zahnweh. Sie kommen aus dem Heim und kommen mit einer Patientin? Und? Was? Um was geht es denn? Ich bin der Doktor Zahnweh. Sie kommen aus dem Heim und kommen mit einer Patientin? Und? Was? Um was geht es denn? Frau Hessen beklagt sich immer über Bauchschmerzen. Ok. Wie lange ist denn die Frau Hessen schon in ihrer Betreuung? Ja, seit anderthalb Jahren. Seit eineinhalb Jahren. Und Frau Hessen, wie lange gehen denn die Bauchschmerzen? Seit eineinhalb Jahren. Und Frau Hessen, wie lange gehen denn die Bauchschmerzen? Die habe ich jetzt seit einer Woche. Hatten Sie denn früher schon Bauchschmerzen? Hatten Sie denn früher schon Bauchschmerzen? Selten. 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 Nicht so oft. Wie ist denn der Stuhlgang? Wie ist denn der Stuhlgang? Da habe ich auch seit einer Woche etwas Probleme. Das heißt, Sie haben Verstopfung? Ja. Kriegt denn die Frau Hessen ab für Mittel gelegentlich? Schauen Sie mal in ihre Akten nach. Ja, einmal am Abend. Ja, einmal am Abend. Jeden Abend kriegt sie ein Abführmittel? Jeden Abend kriegt sie ein Abführmittel? Also, nach Bedarf. Also, nach Bedarf. Nach Bedarf, okay. Nach Bedarf, okay. Genau. Genau. Vielen Dank.